Hast du die anderen 24 auch bekommen? Nö. Scheiße, ich hab's ins Too Many Items geschmissen. Idiotter. Äh, nein. Du bist recht gekickt. Nö. Nö. Alter, wo ist denn das? Umso. Da. Toll, ist mein ganzer Chat voll mit dem Schein. Ja, meiner auch. Boah, dauert das. Aber ich muss die Dinger ja wiederkriegen. Dafür hab ich ja immerhin Diamanten geopfert. Ah, da sind sie ja. Ah. Da kommt es. Ja, die kommen gleich. Eike, die kommen gleich. Wow, so schnell. Jaja, das wird noch schneller. Alter. Das ist so schnell, da komm ich gar nicht drauf klar. Wow. High Speed. Oh ja. Pascal, nicht aufs Rohr setzen, so kacken. Ja. Hast du bekommen? Ja. Warte, ich trage da nochmal was rein. Das ist jetzt ein bisschen schneller. Das müsste ja eh schneller sein. Warte. 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 Jetzt müsste, ach Dreck kommen. Hm. Achso, irgendjemand packt das da wieder rein. Ja, ich hab die Sachen da wieder reingeschmissen. Erstmal das Dreck wegnehmen. Ich war also gespannt. Ja, das kommt gleich. Warte, wie weit geht denn das, wenn ich das jetzt... Macht Diamant das noch schneller? Nein. Das ist ja Diamant angucken, warte. Achja, Diamant kannst du einstellen. Ja, guck dir das an und dann... Da. Ah ja. Ich werd mit Dreck beschmissen. Ja, ehrlich. Ich hab da ein bisschen Topspeed drauf getan. Ein Diamant muss hier hin. Immer. Da liegen zwei Diamantrohre drin in Berti. Pascal? Ja. Hast du Langeweile? Bestimmt. Nehm mal die Diamant-Dinger und pack an jeder Kiste, wo ich so ein komischen Steinrohr gemacht habe. Oh Gott, die fehlen uns. Nein, das ist falsch. Achso, an das Steinrohr soll ich das dran machen. An das Steinrohr, wenn ich... Achso. Ich bin hin. Alt Berti, da ist es schon. Ja, an das Steinrohr. Tja, hauptsache ich muss immer acht Jahre warten, bis das an dem Steinrohr dran ist. Soll ich das machen? Ne. Wups. Dann warte. Tue ich ja auch. Oh, nicht auf die Kiste zu begreifen. Gott. Nein. Ey, ich hab's geschafft. Juhu. Boah, die ist schon wieder so irrsinnig hell. Eike, mach fackeln. Danke. Ist ein bisschen bunt. Ups. Nein. Soll ich dir den Reis wiedergeben? Hast du überall dran gemacht? Ja. Da. Okay. So, dann hier. Da. Und da. Mach mal so wie ich. Also alle Diamanten miteinander verbinden. Und dann immer ein bisschen abwechselnd Gold. Stein, Gold, Stein. Ach, Stein. Bisschen mehr. Bisschen mehr Stein als Gold benutzen, okay? Okay. Können wir noch ersetzen. So. Also hier einfach so um die Ecke oder was? Nimmst du jetzt doch hier. Ich weiß jetzt nicht welche Seite er lang geht. Links oder rechts? Ich mach hier die pure Randomness. Da bei der Tür, da muss wir ihm gucken. Das musst du ihm unter der Tür, also unten drunter so. So unter die Tür. Also unten drunter durch. Da mal einen wieder wegnehmen. Und dann vom Tier runter gehen. Und dann hier so runter durch und dann wieder hier auch. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Hallo. Hallo. Wah. Das passt ja. Michael, komm mal her. I'm on the way. Hallo. Ähm, siehst du zum Beispiel hier hinten? Wenn du an das Tier drauf drückst. Mhm. Das Geld zeigst du hierher und dann in der Ruhe ist und dann zum Beispiel jetzt so. Komm. Kannst du woanders sterben? Nein. Natürlich nicht. Jetzt komm ich hier nicht raus. Fliegen. Ja, wenn das funktionieren würde. Ne. Oh. Äh. Warst schon. Marble. Jetzt mach ich. Komm. Pure Epicness. Pure Goldheit. Ja. So. Machen wir mal so. Alter, ist das ein System hier. Sieht schon echt geil aus. Ja, das ist wirklich noch mehr, weil wir... Kackstifte sind. Noch eine Etage haben. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich das mache. Ich würde sagen, können wir nicht einen Boden aus Marble machen? Dass sieht die Bienen nicht schlecht aus. Warum nicht? Marble. Ich buddde schon mal eine Schicht Erde ab. Ich mach mit. Finde mir mal rum. Ja, ja. Bist du? Ja. Kannst dir die pure Epicness ja mal anschauen. Ich hab äh... Immer noch 25 Gold. Dinger. Ja, das ist nicht schlimm. Wir müssen noch oben machen. Mhm. Aber da diese Dinger kommen von Buildcraft, oder? Ja, ja. Mhm. Das hatte ich ja auch schon mal im Singleplayer drinne. Weiß ich. Dann hast du ein ganzes Haus kaputt gehabt. Jaja. Ach stimmt, du warst ja mal auf dem Server, als ich... äh... da war das nicht mehr da. Ja. Alter, haben wir kein Marble mehr. Soll ich welchen holen? Ich geh mal eben welche holen. Ne, das wolle. Kannst ja zu Hugo gehen. Oh, Pascal, du brauchst nicht hingehen. Ne? Hier sind noch drei Stacks. Und wohl? Ne, das passt recht nicht. Ich geh doch mal eben. Ich meine... Irgendwo hier müssen noch was sein. Oh. Oh, teurer Marmorfußboden. Mhm. Ach, wir können es uns leisten. Ja, nein. Doch. Hier sind noch mal zwei, drei Stacks. Dreieinhalb, viereinhalb. Reicht das jetzt? Oh, das reicht locker. Was für ein Ho. Die amaten Ho. Ho. Ui. 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 So. Babala, 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 babala. Das erste selbstgebautes Haus von uns. Ist doch nicht mal fertig. So. Das ist ja kein Haus. Das ist, äh... Ich hab das Gefühl, dass das ein... Äh... Verkabeltes... Verrohrtes... Eine... Ich nenne es ja ab jetzt Kläranlage. Ja. Liebevoll. Eine Kläranlage. Warum wollen wir nicht wissen, was da drin ist in den Kisten? Weiß ich nicht. Ich guck mir das grad so an. Und frag mich. Hm. Ziemlich Hugo. Hm. Und nun? Ja. Hallo. Ja. Jaa. 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 Jaaau. 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 Redstone Conduct and Skull. Konduct. Hab ich dich irgendwo ein bisschen CleanStone? vielleicht doch hier in der krisse sind hier wo ich gerade drauf sind ja sind da welche ja acht so wie peter oder wo haben wir doch noch mal glas schreiben glaubt nicht doch dann welche von gemacht wir haben glas blöcke hier ja scheiben hatte ich auch mal ich mache einfach nicht schreiben daraus aber wie viel brauchst du ein super dann macht schon wieder aber hat er denn einfach eigentlich hat eigentlich unser hugo so schönes gemacht derzeit eine tunel gebuddelt ja ja und hat gefunden ja aber keine diamanten also wieder allerhand irgendwas ja ja was ist das jetzt schon wieder ein computer oh pascal hier ist noch neta kohl was müssen wir mit dem pc machen also computer nix ich bin aber überlegen ja weißt du was du jetzt machen müsstest was willst du machen was wird das ja der bett hier ruiniert ist gerade könntest du bitte den goldpip penis wieder frei wurde muss noch motor draufsetzen vorne und den namen machen so ich würde mal sagen wir machen jetzt genau in dieser truhe machen wir alle röhren welches ist denn das ist es gelb so diamantrohr warte mal soll ich dir alle röhren geben du hast du dir selber mal holz da immer noch pflastersteine noch mehr diamanten gold sehr schön oeg die löwer habt ihr noch nein nicht hier und wieder man nun wie voll ist eigentlich noch dein jetpack nicht sehr voll okay ich habe dich mal durch die gegend erst mal eigentlich finde ich die deutsche auflagen hallo kannst du bitte mein jetpack wieder da reinlegen ich habe genau gesehen dass du meinen genommen hast ist nicht wahr sehr freundlich von dir dass du meinen jetpack wiedergegeben hast ihr könnt ihr soll ich eigentlich auch mal eine truhe nehmen und da mal ein paar sachen rein sortieren ich wollte nur eben auf den ja pascal ich sehe dich hast du nämlich echt gesehen ja echt ja wie sicher bist du dir zu 100.000 prozent ich finde das sieht irgendwie geil aus wie soll ich das denn sortieren herr bertram noch macht da bist du irgendwie braucht man nicht irgendwie einen schraubenschlüssel um die dinger zu um zu ändern du klickst einfach drauf rechtsklick warte mal ich gucke jetzt mal soll ich dir helfen wird wie könnte man dir denn helfen sortieren da nicht dann gehen meinen der kopf ist und wie wohl war dann auch meiner ist gefühlt mit nichts ja sag ich ja holt nur luft rinnen Nee. Ähhhhhhh. Ich bin... Ich bin eigentlich gerade hoch. Boah ey, wer hat das Kackloch hier hingebuddelt? Was für ein Kackloch? Ja hier! Ja, das habe ich da hingebuddelt logischerweise. Weißt du was ihr machten könnt? Nee, noch nicht. Ihr könnt eine äußere Mauer machen. Äußere Mauer? Äußere Mauer vom Lager. Alter, dann hätte man das Ding ja wirklich aus Cobblestone bauen können. Und außenrum so ein Moped drum einfach. Ja. Na toll. Hätten wir das mal vorher gewusst? Also die unterste Schicht kommt wieder aus Cobblestone. Und dann kommt da einfach Holz. Hinter den Kisten könnt ihr ja wieder was hinterm ballern. Wir machen einfach eine pinken...